Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, noch mehr Gemüse zu essen und diesen asiatischen Gurkensalat könnte ich jeden Tag essen. Es kann mir jetzt niemand erzählen, er mag keine Gurken und das ist ja auch das Geniale an so einem Gurkensalat. Du kannst ihn einfach nicht nicht mögen. Richtig frisch schmeckt er vor allem, wenn man die Gurken salzt und sie entwässern können. Ich wusste gar nicht, wie viel Wasser die so schnell verlieren können. Das sieht jetzt aus wie Limonade, ich kann euch aber versichern, es schmeckt nicht so. Das genaue Rezept steht natürlich in der Caption und für mehr so coole Food-Videos dürft ihr jetzt folgen.